Was war denn eigentlich ursprünglich dein Plan, bevor du in die Comedy-Geschichte gerutscht bist? Ich wollte immer Moderator werden. Ich wollte das machen. Das wollte ich immer. Also ich wollte immer im Radio arbeiten. Immer. Seitdem ich klein bin, ich wollte immer im Radio arbeiten. Das war immer so mein Plan, immer im Moderator. Und dann irgendwann halt so Shows moderieren, so wie DSDS, das ist super Talent. Keine irgendwelche Awardshows und was weiß ich. Das war so immer mein Goal eigentlich. Ja, aber es kann ja immer noch werden. Ja, sowieso. Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Barbossa, dem Sport- und Modelabel. Link dazu in der Beschreibung und ohne weitere Umschweife zu Events, a.k.a. Onkel D. Wie geht's dir? Ganz gut, danke selbst. Ja, ich kann nicht klagen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich und danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Für mich war das auf jeden Fall ein Muss, dass du hier sitzen sollst. Ach so. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar einfach aus dem Grund, was soll ich dir sagen? Man muss da nicht viel drum rum reden. Ich finde es einfach cool, was du machst, dass das auch gut ankommt, habe ich das Gefühl bei den Menschen. Ja, danke. Ich kenne Leute, die suchten deinen Content tagtäglich und schicken den überall hin und her. Und es war mir einfach wichtig, dass man dich nochmal auf eine andere Art und Weise zu sehen bekommt. Und wir kennen dich durch deine Sketches, durch deinen Comedy. Aber auch mal irgendwie, ja, einfach mal zu hören, was du sonst sozusagen hast, jenseits von dem. Und genau. Einfach auch diese, ich weiß nicht, ob du in diese Verantwortung gesteckt werden möchtest. Aber ich finde es gut, wenn andere Kinder, die ähnlich aussehen wie wir oder halt einen Background haben, der nicht dem Mainstream entspricht, einfach andere Beispiele sehen. Genau, genau, auf jeden Fall. So, und ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie war am Anfang, als du damit angefangen hast, aber wir kommen, glaube ich, alle so aus einem Background, wo Comedian zu sein wahrscheinlich nicht so die erste Wahl sein sollte, ne? Ja, genau. So, was soll das? Damit kann man kein Geld verdienen und so. Genau, genau, genau. Und du zeigst aber irgendwie, dass es doch irgendwie funktionieren kann und das finde ich einfach super. Danke. Ja. Was ist das? Das ist das Intro. Genau, was soll ich sagen? Du bist Comedian, machst viel auf YouTube, Instagram, Facebook hast du angefangen früher, ne? Facebook habe ich angefangen mit den Videos, genau. Das Ding ist ja auch immer, die meisten Menschen sehen ja immer erst die fertige Person. Genau. Das fertige, ich nenne es mal Produkt, wie auch immer, aber verstehen nicht, dass da andere Sachen passiert müssen, bis man da hinkommt. Wie war das bei dir? Hast du einen langen Weg gehabt bis dahin, oder? Ja, schon. Also, ich habe das erste Video, was ich gepostet habe, war 2015. 2015. Und ja, 2015 hat es angefangen, aber es war halt so just for fun. Also, ich habe nie gedacht, also gesagt, okay, ich werde jetzt Comedian oder ich mache jetzt Videos oder so. Das war einfach nur just for fun. Wir haben zu Hause gechillt und haben gedacht so, ey, lass doch das Video machen, ist doch lustig. Haben wir es gepostet und so und das ging dann durch die Decke. Und dann haben wir gedacht so, okay, lass mal ab und zu mal Videos machen. Haben wir es gemacht. Und ich bin dann nach Amerika gezogen für eine Weile, weil ich da gearbeitet habe. Und ich habe, da haben wir ein bisschen vorgedreht und da habe ich dort noch ein bisschen gedreht. Aber so just for fun einfach. Habe es hochgeladen und es kamen, Leute haben es mehr gesehen und Follower kamen mehr und so. Und Leute meinten so, ey, wenn du wieder zurück in Deutschland bist und so, jeder wird dich ansprechen und so. Ich dachte so, ach, komm und so. Und dann bin ich wirklich, also dann bin ich Ende 2016 wieder nach Berlin gekommen. Und ja, und dann habe ich gemerkt, so wie die Leute so, ey, du bist doch der afrikanische Pfad, du bist doch der und so, oh, okay. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich mal was draus und mal schauen, wohin das mich bringt, so. Ja, so war das halt. Krass. Und wie lange ist das her? Also ich habe richtig angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mit dem Video 2017. 2017. Genau, also drei Jahre jetzt. Okay. Ja. Es gibt Menschen, die brauchen noch länger, um ihre Sachen ins Rollen zu bringen, aber drei Jahre ist auch nicht wenig. Genau, 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 genau. So, weil viele haben ja die Erwartung, dass es irgendwie mit dem ersten Video das auch nur sofort klappt. Genau, 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 ja. Und wie war die, also wann haben deine Eltern mitbekommen, was du machst? Die haben es so 2000, doch auch so 2000, die haben es schon so. 2017 auch. So, weil ich habe es ihnen nie gesagt. Die haben es irgendwann, haben es Leute denen geschickt. Und ja, da haben die es mitbekommen so. Und die so, oh, ist voll lustig und so, voll cool. Aber die haben jetzt nicht gedacht, dass ich das so auf ernst mache, also dass es wirklich jetzt so mein Beruf wird. Das haben die am Anfang nicht gedacht. Erst als ich so mit Stand-Up angefangen habe, da haben die gesehen so, oh, okay, also es ist wirklich ernst, er will damit sein Geld verdienen. Und Stand-Up hast du dann wann angefangen? Auch 2017. Auch 2017, genau. Und dein Job, den du in den USA gemacht hast, was war das? Ich habe bei Disney World gearbeitet. In Florida, ja, in Orlando. Wie haben das? Ich habe mich einmal beworben. Okay, einfach so. Ich habe, die Sache, ich war davor in Australien, für ein Jahr, da war ich ein paar Monate in Asien und dann bin ich kurz nach Deutschland gekommen. Und da war ich in Deutschland und ich dachte so, oh nee, langweilig. Und an dem Tag, als ich angekommen bin, ich bin so morgens angekommen und in der Nacht habe ich so geschaut, was ich noch machen kann. Und da habe ich das gefunden mit Disney und da habe ich mich sofort beworben. Und am nächsten Tag habe ich gleich eine Rückmeldung bekommen. Wow. Ja, das ging voll schnell und dann bin ich nach drei Monaten oder so wieder aus Deutschland raus. Krass. Und wie geht das so in Anführungszeichen einfach? Haben die Leute aus dem Ausland gesucht? Ja, also das ist so, also Disney da ist in vier, sag ich mal vier, also Disney, also es ist World Disney, ist ja riesig. Und das ist halt in vier Kategorien geteilt. Und ich habe in einer Kategorie gearbeitet, das heißt Epcot. Und Epcot, da ist es so aufgebaut, da werden halt so elf verschiedene Länder repräsentiert. So Italien, Norwegen, Frankreich, Deutschland und so. Und die wollen halt wirklich die Leute aus dem Land da haben, die da also arbeiten dann. Und Deutschland war halt so bayerisch aufgebaut, so richtig groß. Und draußen gab es so Stände, so Kiosks, wo die halt so Brezel, Bratwurst, Bier und was weiß ich, so alle deutsche Sachen verkauft haben. Und da gab es noch ein riesen Restaurant und da haben die jeden Tag Oktoberfest gefeiert. Und da habe ich halt gekellnert. Krass. Ja, und da hatte man auch so Lederhose an und was weiß ich und so, ja. Ja, und da haben die wirklich, also haben die nur Deutsche gesucht. Und bei Norwegen zum Beispiel waren es nur Norweger, in Italien waren es nur Italiener wirklich, also keine Amerikaner oder so. Krass. Wir haben Amerikaner oder die Touristen dort auf einen schwarzen Mann in Lederhose reagiert. Ja, also viele haben so gesagt, was, es gibt Schwarze in Deutschland und was weiß ich. Und da dachte ich so, wo lebt die denn bitte? Ja, man, also es war schon lustig, so wie die darauf reagiert haben und so. Ja, aber cool, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Glaube ich dir. Auch interessant zu wissen, also das heißt also, so wie ich das jetzt dem entnehmen kann, was du gesagt hast, hast du kein Problem damit, Sachen zu probieren? Nee, gar nicht, gar nicht. Also zum Beispiel Australien bin ich auch ganz alleine geflogen, ohne Plan, ohne nichts. Jetzt einfach Koffer gepackt, losgeflogen, bin in Australien angekommen, in Sydney und ich so, ja, okay, wo schlafe ich denn jetzt? Dann erst mal geguckt, wo ich so viel schlafen kann, was ich machen kann überhaupt hier. Also jeden Tag war so ein Abenteuer. Also ich wusste nie, was am nächsten Tag passiert. So. Das natürlich auch. Nee, finde ich gut. Genau. Weil bei mir war es vielleicht ähnlich. Also ich habe auch bestimmte Dinge probiert. Ich habe zum Beispiel in England gelebt und da studiert. Das war dann natürlich mit ein bisschen mehr Plan, aber das war dann auch so einfach losgezogen. Und vor Ort dann nach einer Wohnung gesucht und nicht, da gab es andere, die haben richtig alles durchstrukturiert. Ich habe gesagt, ich will erst mal da hinkommen. Okay. Und dann auch erst mal in dem Hostel geschlafen und dann von da aus eine Wohnung gesucht. Genau. Aber das hat für mich auch vieles im Leben, glaube ich, später leichter gemacht, dass ich dann vieles nicht als so eine große Hürde sehe. Genau. Also nicht um zu sagen, es ist leicht, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie wenn man das noch nie probiert hat. Genau, genau. Kannst du dir vorstellen oder ist das ein Plan von dir für immer in Deutschland zu bleiben? Also jetzt, was ich halt mache und so, muss ich ja in Deutschland bleiben, aber man weiß ja nie. Es kann sich ja alles ändern und dann auf einmal bin ich, keine Ahnung, in England oder in Frankreich oder, keine Ahnung, in Japan oder sowas. Ja, weiß man nicht. Deswegen, also jetzt zur Zeit bleibe ich in Deutschland, aber mal schauen, wie es in fünf Jahren aussieht oder so. Wie kamst du auf den Namen überhaupt, Anke D? Der ist sehr spontan. Ich glaube, das war das dritte Video oder so. Und dann, das war so, dass die meine Tochter spielt, Hanna, ihr Freund zu Besuch kam. Und bevor wir gedreht haben, meinte dann, als der Hannas Freund gespielt hat, meinte sie so, wie soll ich dich eigentlich nennen? Und dann meinte sie so, lass das einfach spontan machen. Wir machen Kamera an und sag irgendwas. Also okay, dann ist er gekommen und meinte so, ey Mr. D. Und dann meinte sie so, ich bin nicht Mr. D, ich bin Onkel D. Und so ist dann schon, dass jeder so in den Kommentaren, Onkel D, Onkel D, Onkel D. Und dann ist der Name geblieben. Geil. Ja, passt auch irgendwie. Keine Ahnung, warum, das passt auch irgendwie, ja. Ich glaube, es kann sich auch niemand mehr dich anders vorstellen, mit dem anderen Namen. Also ich wüsste auch nicht, wie ich Onkel D sonst genannt hätte. Also keine Ahnung, keine Ahnung. Und woher kommt dieses My Family Decree? Also es war so, dass mein Cousin damals einfach die Facebook-Seite gemacht hat. Und er hat es My Family Decree genannt, weil er findet halt so uns aus der Familie alle lustig. Und dann meinte er so, ey, macht mal Videos, lad mal einfach Videos hoch von euch, so wie, keine Ahnung, chillt, was weiß ich und so, mach ich auch. Und meinte wir, okay, aber nie hat jemand ein Video hochgeladen. Und als wir das erste Video gemacht haben, haben wir auch überlegt, wo können wir das Video hochladen? Und dann meintest du, ja, okay, lass es einfach auf der Seite hochladen. Und dann haben wir es da hochgeladen und dann haben wir es immer dort hochgeladen. Und dann ist halt die Seite so gewachsen. Und ja, so war das dann. Also alles war so richtig spontan und ohne Plan. Einfach nach Lust und Laune haben wir einfach gemacht. Und wie ist das jetzt für dich, dadurch, dass du dann eine gewisse Größe, Reichweite, Bekanntheit oder auch einen gewissen Erfolg sozusagen auch erreicht hast? Fühlst du irgendeinen Druck, irgendwie performen zu müssen? Hatte ich vorher, als alles neu war, da hatte ich so den Druck. Und dann hat es auch nicht mehr wirklich Spaß gemacht, weil es war so, okay, ich muss jetzt ein Video machen, ich muss jetzt was machen und so. Aber irgendwann habe ich gelernt, ich muss es nicht machen, wenn ich nicht will. Ich sollte es einfach so machen wie früher, also just for fun einfach. Und ja, und jetzt ist eigentlich alles ganz, ganz normal. Jetzt habe ich, also man hat ja Spaß dran und so, weiß ich mache es ja gerne. Deswegen früher war so der Druck da ein bisschen, aber jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Das ist doch gut. Und wie ist das für dich im Sinne von, wie frage ich das? Hast du irgendwie einen größeren Plan hinter dem, was du machst? Oder denkst du, dass das, was du machst, an irgendeinen Purpose geknüpft ist? Dass du sagst, damit muss ich das oder will ich das erreichen? Oder machst du einfach nur, weil du Spaß hast dran? Also am Anfang war es nur wegen Spaß, aber jetzt halt verdiene ich ja Geld damit, zahle halt so meine Mieter und solche Sachen damit. Deswegen hat es jetzt auch, also man hat ja einen Weg, man hat ja ein Ziel, wo man hin will und Sachen, die man erreichen will und so. Und ja, die habe ich halt und ja, man kommt langsam dahin auf jeden Fall und ja, ist ja alles Step by Step. Ja. Genau. Du wirst ja bestimmt auch viele Nachrichten bekommen von sehr vielen Leuten, die bestimmt Fragen haben in Richtung, also die bestimmt Tipps von dir haben möchten oder bestimmt gibt es auch Leute, die einsteigen wollen. Ja. Aber, wie gehst du mit sowas um? Du müsstest ja einen Haufen Weisen Nachrichten kriegen und die Leute wollen ja dann was. Ja, also wenn die so nach Hilfe fragen oder Tipps fragen, helfe ich gerne natürlich. Ähm, ja, also was ich immer sage, ist halt wirklich Spaß daran haben, nicht einfach so aufgezwungen machen oder so denken so, oh, ich muss auch Fame werden oder ich will auch so und so viele Abonnenten haben, deswegen mache ich das. Dann ist es falsch. Man sollte Spaß haben, Geduld haben auf jeden Fall, weil das passiert nicht von heute auf morgen, ich habe ja 2015 angefangen und jetzt habe so jetzt, zum Beispiel 2015 habe ich angefangen und 2020 hätte ich zum Beispiel meine erste eigene Tour gehabt, also so nach fünf Jahren, also ist wirklich im Prozess. Ja, deswegen sage ich auch Geduld haben, ähm, Motivation haben, weil ohne Motivation klappt nichts und ähm, auch Disziplin haben und ähm, was sage ich noch immer, ähm, an sich selber glauben, weil wenn man an sich selber nicht glaubt, dann glaubt keiner an dich, so weißt du, deswegen, genau das sind so die vier Sachen, auf jeden Fall. Ja, das ist schon richtig, das ist an sich selber glauben, wo fängt man da an? Naja, man hat ja einen Plan und ein Ziel und darauf muss man arbeiten, ja. Ja, das ist richtig. Es dauert, es kann vielleicht nur ein Jahr dauern, aber es kann ja auch zehn Jahre dauern, so weiß, weiß man ja nicht, aber deswegen hart daran arbeiten und an sich selber glauben, ja, dass man es schafft. Ja. Hast du jemals sowas gedacht, äh, an sowas gedacht, äh, wie eine Academy oder irgendwie sowas, dass du, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jüngere Leute oder so, dazu kommen können? Wenn ich älter bin vielleicht. Wenn ich älter bin, bin ich noch gar nicht an dem Punkt, noch null, noch null, gar nicht, ja. Okay. Wenn ich älter bin und selber meine Sachen oder meine Ziele erreicht habe und so wirklich, dann würde ich sowas machen, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Und gibt es irgendwie Menschen, die dich da versuchen mit dem, was du machst oder die Person, die du bist, du bist ja jetzt eine Person, eines öffentlichen Lebens. Und, äh, auch schwer zu übersehen mittlerweile so. Und damit kommen ja dann immer noch Erwartungen von außen, dass die Leute sagen, weil du jetzt die Reichweite hast, musst du dieses und jenes. Kommt sowas auch an dich ran? Ja, öfters, 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 aber wenn ich nicht will, dann mach ich es nicht. So. Ganz einfach. Ja, mein Content, meine Sachen, mein Profil, was weiß ich und so. Und ich mach das, was ich machen will. Ja. So. Sehr schön. Deswegen. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. Ähm. Ähm, die Sachen, die ich gesehen hab, waren nicht politisch von dir. Also, ich hab's nicht als politisch gesehen. Aber hast du jemals was richtig Politisches gemacht? Mmh. Content-mäßig? Nee, ich hab ne Regel. Ich sag, also, ich rede nicht über Politik wirklich. Mhm. Über Religion und nicht über Sexualität. Weil, vielleicht sagt man irgendwas und man meint das anders, aber es kann ganz anders rüberkommen. Und das kann sehr gefährlich werden bei den drei Themen. Deswegen lieber nicht. Also, ich hab manchmal über Religion was gesagt, aber dann zu Weihnachten oder so, weißt du, was Lustiges gemacht. So, ich bin ja selber Christ, deswegen kann ich halt da auch was sagen oder irgendwelche Witze machen oder so. So, aber zum Beispiel über Islam oder Judentum oder sowas, auf gar keinen Fall. Weil, weil da hab ich auch gar keine Ahnung. Deswegen hab ich da auch gar nichts zu sagen. Ja, das sind so meine drei Regeln. Ja. Genau. Das ist aber auch eine zum einen ehrliche, aber auch vernünftige Einstellung, weil das ist halt auch so das Ding, dass manche Menschen denken, sobald sie halt eine gewisse Reichweite, was auch immer haben, ähm, fühlen sie sich selber auch dazu gezwungen, Sachen sagen zu müssen. Genau, genau, genau. Und denen dann aus einem Standpunkt heraus, wo sie eigentlich keine Ahnung haben. Genau, genau, genau. Und das muss nicht sein. Also, ja, deswegen, das kann echt gefährlich ausgehen. Ich mein, hat man auch gesehen bei ein paar anderen Leuten, die irgendwas gesagt haben oder so und die haben was anderes gemeint, aber es ist ganz anders rübergekommen und dann war die Karriere auch vorbei. Ja. Oder die mussten erst mal untertauchen für eine Weile oder so. Ja. Ja. Hast du aber, jetzt unabhängig von Religion, Politik oder so, hast du jemals irgendwas in einem Sketch gemacht oder gesagt, was dann so zurückkam und du sagtest, oh, hätte ich nicht machen sollen? Mh, nee, ich überlege gerade. Eigentlich nicht. Bis jetzt noch nicht. Also, wenn ich ein Video mache über irgendwas, wo ich mir halt unsicher bin, dann warte ich für ein paar Tage und überlege es mir, ob ich wirklich poste oder ich schicke es halt jemanden oder ein paar andere Leute und frage die halt, wie die es finden oder was die dazu sagen. Ja. Und wenn die sagen, es ist alles cool oder korrekt oder so, dann war das so. Und bis jetzt kam noch nie, wo jemand gesagt hat, so ey, was für eine Scheiße oder so was halt, ja. Es gab nur, genau, es gab nur ein Video, das war sogar letztens, also ist schon länger her als gepusselt, aber ich habe mir so Kommentare durchgelesen ein bisschen und da waren es halt Kinder und ich habe halt so meine Stimme, also darauf gemacht und es waren halt Kinder, also so zwei Mädels und die haben sich unterhalten, aber man hat nicht gehört, was sie gesagt haben, deswegen habe ich einfach meine Stimme drauf gemacht und ich habe halt so meine Stimme drauf gemacht, so dass sie über Clubs reden, so ey, was ziehst du an im Club und was weiß nicht mehr so reden. Und ich dachte so, hm, ja okay, eigentlich hat sie irgendwie recht, weil es sind kleine Mädels so, aber wenn man mich kennt, dann meine ich es ja nicht böse oder irgendwie irgendwas Schlimmes oder sowas. Das war das Einzige. Weil ich durch Zufall gelesen habe, aber sonst gar nichts. Also ist insgesamt das Internet nett zu dir oder gut zu dir? Meistens. Meistens. Aber man kriegt eh, also immer irgendwelche dummen Kommentare oder was weiß ich und so, aber die ignoriere ich meistens. War das auch so eine Übung für dich, das zu lernen, die zu ignorieren oder bist du schon immer so? Nee, also ich habe die immer schon ignoriert, aber am Anfang hat man sich, also wo man neu drin war und hat man sich immer gewundert, warum sagen die Leute das oder was habe ich denn getan oder kenne ich die irgendwoher oder so. Aber jetzt ist es so, ach, scheiß drauf. Ja, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann egal. Das denke ich halt auch. Also wirklich, wenn du, es gibt auch Dinge, die ich manchmal irgendwo sehe oder höre, auch Content-mäßig oder was auch immer, wo ich denke, ich habe immer noch die Option, einfach auszuschalten. Ja, genau. Oder nicht mehr hinzugucken, nicht mehr zu was auch immer. Aber viel zu viele Menschen sich die Energie und Zeit nehmen, ihre Negativität daraus zu hauen. Ich habe es auch so gelernt gekriegt, wenn du nichts zu sagen hast, nichts Gutes, sag lieber gar nichts. Genau, genau. Wie ist das dann so für dich gewesen? Also wenn du dann sagst, du hast dann deine ersten Videos gemacht oder die ersten, die dann so richtig angefangen haben zu funktionieren, hast du dann für dich auch so was wie einen Schneeball-Effekt oder sowas gesehen, dass Dinge dann einfach dann angefangen haben zu funktionieren oder zusammenzukommen, weil du sie machst? Also sagen wir mal, du fängst an, deine Videos zu machen, du siehst, das eine funktioniert mehr oder weniger, schön und gut, aber dadurch, dass du dran bist und machst, ergeben sich zum Beispiel Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, mit anderen Plattformen oder was auch immer. Kam das dann auch so gleich? Ja, das kam dann, also umso mehr die Reichweite höher ging, umso mehr Leute wurden ja aufmerksam auf mich. Und dann kamen auch so andere Leute halt, die auch Videos machen, was weiß ich, voll coole Sachen, was du machst, lass mal zusammen was machen oder so. Und ja, das ging eigentlich, also schnell muss man sagen, also als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ging es schon schnell, dass man dann so von anderen halt angesprochen wurde und so. Es gibt halt Sachen so, zum Beispiel, ich mache ja mehrere Sachen so, also zum Beispiel Onkel D halt, dann auch noch, also alleine Onkel D, dann mit den Kindern oder ich mache halt auch lustige Tanzvideos manchmal oder manchmal werde ich eine Frau oder was weiß ich und ein paar Sachen funktionieren halt besser als andere, aber es gibt halt Leute, die feiern das andere mehr als das andere, so weißt du, deswegen mache ich halt von jedem was so. Ja. Wie ist das für dich eigentlich in so eine Rolle zu schlüpfen dann, Frau zu spielen oder so? Es ist lustig, also ich kann mich selber manchmal nicht ernst nehmen, wenn ich zum Beispiel eine Frau spiele oder so, manchmal gucke ich selber in den Spiel und denke so, oh mein Gott, was machst du da oder sowas. Es ist, es ist lustig, es ist, es ist echt lustig, muss ich sagen, ja. Also ich kann selber über mich lachen. War das eine Hürde irgendwie so, wo du das erste Mal gemacht hast, wo du dachtest? Ja, schon, weil also die Idee kam und ich so, hm, soll ich das wirklich machen oder nicht? Und dann einfach gemacht und dann hochgelaufen und dann ausprobiert, was die Reaktion von den Leuten ist und die Reaktion war halt gut. Und ich so, oh okay, gut, dann kann ich das halt öfters machen. Wenn die Reaktion scheiße gewesen, hätte ich gesagt, okay, mache ich es nie wieder. Ist das so, dass deine Fans oder Leute, die das angucken und kommentieren, dass die dir auch dann öfters Vorlagen für Content geben? Ja, ja, manchmal schicken die mir auch Sachen, wenn ich so halt, manchmal mache ich ja, nehm ich halt so Videos von anderen und halt mache meine Stimme halt drauf, so Cartoons oder sowas. Und viele schicken mir halt irgendwelche Cartoons oder Tiervideos oder was weiß ich, was sie finden und schicken sie mir und sagen so, ey, mach mal ein Voice Over mit dem Video. So, ja. Das ist eigentlich voll cool. Also die geben mir auch immer Ideen und was weiß ich und so. Cool. Das ist echt cool, ja. Und musst du dann dafür irgendwo Bestimmtes hin, dass du sagst, du hast einen Raum oder so, wo du hingehst, um die Sachen zu machen? Gar nicht, zu Hause. Zu Hause einfach machen. Es sei denn, ich brauche irgendwas Bestimmtes oder so. Oder brauche, sag ich mal, eine weiße Wand oder sowas oder irgendein Studio oder so. Ja, dann miete ich das mir oder jemand hat eins und frage, ob ich da das Video machen kann oder so. Ja. So was wie ein Uncle D Studio irgendwann mal in Aussicht? Ist das so eine Idee? Wer weiß, ne? Wer weiß. Kann alles passieren. Ja. Ja, das wäre schon cool auf jeden Fall. Es gibt so eine Handvoll Leute, die man, ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, die auch so um dich herum sind, mit denen ihr so zusammen seid. Da gibt es ja Bodyformers zum Beispiel oder Ben Mood und noch ein paar andere, die da auch so immer wieder bei euch, also ihr kollaboriert ja viel miteinander. Ich finde es cool, sowas zu sehen. Und dass da so ein Kollektiv, es scheint so zu sein, ein Kollektiv zu sein scheint, dass du zusammenarbeitest und es gibt einfach mehr Möglichkeiten dann, ne? Auf jeden Fall. Gewisse, also verschiedene Gruppen anzusprechen, verschiedenen Content zu schaffen und so ein Studio wäre halt schon mal geil. Ja, schon geil. Wäre auf jeden Fall geil. Weil ich kenne das auch so, ich weiß nicht, wie sehr du das mitverfolgst, viel so amerikanischen Content und dann gibt es einen Jungen, der heißt Marcus Brown Lee. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast. Marcus Brown Lee. MKBHD nennt er sich. Und der macht so Reviews einfach so zu allem Möglichen. Der hat früher angefangen irgendwie in seinem Zimmer Handys zu reviewen aus seinem Schlafzimmer und jetzt hat er halt irgendwo in den USA ein massives Studio, wo er einfach Sets für verschiedene Sachen hat. Ach krass. Und das ist so riesig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das hat er durch YouTube aufgebaut aus seinem Schlafzimmer und ist jetzt einer der besten Tech-Reviewer überhaupt weltweit. Ach krass, okay. Oder du kannst es auch vergleichen mit vielleicht Leuten wie ein Mois zum Beispiel mit seiner Keller GmbH, die dann irgendwie einfach jetzt auch so ein Komplex haben, wo die einfach machen können, was sie wollen. Feiere ich sowas. Ja, ist echt cool. Ist echt cool. Wer weiß, ne? Wer weiß, mal schauen. Cool. Wie ist das eigentlich mit, wie soll ich das sagen? Mit der Community, sagen wir es mal so. Mit der schwarzen Community in Deutschland. Ist da irgendwie eine Erwartung an dich, da irgendwas leisten zu müssen oder tun zu müssen? Fühlst du dich irgendwie in irgendeiner Hinsicht so, dass du was machen musst? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass sie sagen, du musst es jetzt machen oder du musst es so und so machen oder sowas. Nee, gar nicht. Oder hast du irgendwie Kritik gekriegt, dass du irgendwas falsch dargestellt hast oder sowas? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Das ist doch gut. Ja. Das ist doch schick. Ja. Nee, aber das interessiert mich auch manchmal so, was, wie soll ich sagen, ich sehe zum Beispiel Deutschrap so, dass dann, wenn jetzt zum Beispiel kurdische Artists um die Ecke kamen, dass die natürlich dann auch hart von ihrer Community so unterstützt wurden und gefeiert wurden. Aber mit dem kommt ja auch manchmal auch noch die andere Seite, dass halt auch gewisse Kritik da entsteht. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, die Leute, die ich kenne, die deine Sachen angucken, so. Fans. Danke, danke, danke. Also es gibt schon ein, zwei Leute, also habe ich mitbekommen, die so gesagt haben, so, ja, du stellst uns dumm da oder lächerlich da und was weiß ich und so. Ja, das waren so ein paar, keine Ahnung, von neun, so, sag ich mal, 100 Prozent waren es so 10 Prozent, die sowas sagen. Ja, aber ich kenne die auch nicht, von daher ist es voll egal. Deswegen muss man sich nicht vom Kurs anbringen lassen. Ich hatte gerade schon wieder eine Frage im Kopf, wo ist die hingegangen? Ah, ja, ganz wichtig, deine Tour, die du geplant hattest eigentlich für dieses Jahr, die jetzt leider nichts wird. Möchtest du trotzdem was dazu sagen? Darfst du was dazu sagen? Ja, kann ich, kann ich. Also die Tour war eigentlich im Frühling geplant, also April, Mai, aber dann wurde die verschoben auf September, Oktober dieses Jahr, aber jetzt wurde die wieder verschoben auf nächstes Jahr September. Ja, leider wegen halt Corona und so, aber die findet halt trotzdem noch statt, also hoffen wir mal, bis nächstes Jahr, also dass bis dahin alles wieder okay ist. Ja, meine Tour bald nächstes Jahr, ja, viel will ich ja gar nicht mehr verraten. Also es wird Stand-Up sein, Stand-Up-Comedy, ich halt alleine, 80 bis 90 Minuten. Cool. Und ja, holt Tickets. So, die gibt's aber schon noch, ja? Ja, ja, Tickets gibt's noch, gibt es noch auf jeden Fall. Sehr schön. Und das wird dann nur deutschlandweit sein oder Österreich, Schweiz? Nee, Österreich, also im Frühling war Österreich mit dabei, aber dann, als sie es verschoben haben, auf September, Oktober, wurde Österreich gestrichen wegen Corona und jetzt nächstes Jahr ist auch, also bis jetzt Österreich nicht dabei. Die Regeln sind da halt ganz anders als hier in Deutschland. Okay. Deswegen, ja. Und welche Städte dürfen sich auf dich freuen? Also es sind zwölf Städte insgesamt, so wie Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Köln, Bremen, Hannover, Frankfurt. Stuttgart? Stuttgart, Stuttgart auch. Sehr gut. Ja, und viele weitere Städte. Sind elf Städte, nicht zwölf. Elf, ja. Cool. Ja, wie du sagtest, halt Corona hin und her, so für viele, das trifft ja viele andere Künstler, Artists ja auch. Genau. Hat das für dich viel geändert, unabhängig davon? Von der Arbeit jetzt? Also unabhängig von der Tour, hat das dann trotzdem noch viel geändert? Also bist du jetzt irgendwie eingeschränkt in dem, was du machen kannst? Gar nicht, null. Eigentlich wirklich nur die Tour halt, ne? Aber sonst, ich kann meine Videos halt immer noch machen, zu Hause oder draußen. Ja, gar nicht. Also Gott sei Dank nicht. Nur halt so Festivals und so, weil ich vorletztes Jahr und letztes Jahr bin ich oft auf Festivals und so gegangen und so als Onkel D, aber dieses Jahr ging's halt nicht. Das war also die Tour im Festival und die ganzen Events. Cool. Du hast ja vorhin auch erzählt gehabt, ich hab's ja auch auf Instagram gesehen gehabt, da warst du in Frankfurt. Da gab's ja auch eine Veranstaltung. Genau. Das hab ich durch John seine Story gesehen, John Smile, liebe Grüße. Und genau, da hab ich gesehen, bist du auch aufgetreten. Genau. So, und was war das für ein Gefühl für dich? Sehr cool. Sehr schön, nach langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen und die Leute zum Lachen zu bringen und wie sie sich freuen und danach auch mit den Leuten gesprochen und so. War echt, echt, echt cool, muss ich sagen. Weil hier in Berlin, ich glaube, dürfen nur so 25 Leute in so einem Raum sein und in Frankfurt dürfen halt 100 Leute. Oh. Deswegen, das war echt cool. Ja. Hast du irgendwie so ein bisschen, du meintest vorhin, du warst ja auch schon ein bisschen schon vorbereitet auf die Tour, ne? Also da war nix von Lampenfieber oder sonst irgendwas. Doch, ich bin immer aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt. Immer, jedes Mal. Ich hab's schon so oft gemacht, aber ich bin jedes Mal immer wieder aufgeregt. Ich hasse auch das Gefühl, aber sobald ich auf der Bühne bin, ist eigentlich alles wieder okay. Aber das sagen viele Leute, ne? Also viele Comedians, Artists, dass sie immer dieses Gefühl haben, auch wenn sie schon gewisse Levels erreicht haben. Ja, ja, ja. Aber das irgendwie auch zu brauchen scheinen. Also wenn das so, wenn der Tag kommt, an dem das nicht mehr da ist, dass man dann irgendwie vielleicht, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber ja, dass es diese Nervosität ist. Genau. Die man am Anfang hat. Ja. Man geht auf die Bühne und dann kommt. Genau. Aber wenn man dann komplett das nicht mehr hat, dass man vielleicht, vielleicht juckt's dann einen auch nicht mehr. Genau. Denkst du das auch? Also ich hatte sowas noch nie bis jetzt, aber kann gut sein. Kann gut sein. Ja. Also ich bin bis jetzt immer aufgeregt. Jedes Mal. Jedes Mal. Ja. Das ist doch gut. Wie man's nimmt, ne? Ja. Aber du nimmst positiv. Das ist das Gute. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab auch gesehen bei dir, andere sehen das bestimmt auch, auf deinen Instagrams hast du ja auch ab und zu Bilder von dir und da sieht man, dass du ein sehr fashionbewusster Mensch zu sein scheinst. Vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber es scheint irgendwie auch ein Teil von dir zu sein. Also, also Fashion jetzt nicht wirklich, aber ich zieh mich halt so, also wie ich mich am besten wohlfühle, so. Ja. Ja. Das ist so im Fashion gar nicht, wirklich. Also ich bin nicht wirklich into Fashion. Okay. Aber ich zieh mich schon so an, dass ich mich einfach wohlfühle. Cool. Genau. Ja. Sag's mal so. Ja. Weil ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, du siehst dann auf den Bildern halt auch nicht wie jemand aus dem H&M-Katalog oder so aus, sondern man kann schon das Gefühl kriegen, dass du dir ein paar Gedanken irgendwie so ein bisschen machst. Okay. So, deswegen dachte ich, vielleicht ist das irgendwie etwas, womit du dich beschäftigst und vielleicht auch irgendwas in der Richtung mal kommen wird. Achso. Aus deiner Ecke. Eigentlich, nee, also beschäftigen tue ich mich damit gar nicht. Also ich kaufe, was mir gefällt, ziehe mir an, was mir gefällt. Aber so zum Beispiel Merch und so haben wir uns überlegt, auch für die Tour. Eigentlich wollten wir es in der Tour halt so verkaufen da erstmal und dann halt mal schauen, wie es rüberkommt und dann halt vielleicht so online das so präsentieren halt. Aber da die Tour jetzt nicht geklappt hat oder verschoben wurde, werden wir es halt vielleicht so machen erstmal, also mit dem Merch. Einfach so, also dann Limited Edition, also nicht zu viele. Und mal schauen, wie es sich dann verkauft und wie die Leute das annehmen. Ja. Was war denn eigentlich ursprünglich dein Plan, bevor du in die Comedy-Geschichte gerutscht bist? Ich wollte immer Moderator werden. Ich wollte das machen. So. Das wollte ich immer. Also ich wollte immer am Radio arbeiten. Immer. Ich wollte schon, seitdem ich klein bin, ich wollte immer am Radio arbeiten. Okay. Ja, das war immer so mein Plan, immer Moderator. Und dann irgendwann halt so Shows moderieren, so wie DSDS, das Supertalent. Keine irgendwelche Awardshows und was weiß ich. Das war so immer mein Goal eigentlich. Aber es kann ja immer noch werden. Haben dich irgendwelche Menschen dazu inspiriert? Oder warst du einfach ein Radio? Also Radio zum Beispiel, also früher als ich jung war, habe ich nur Radio gehört. Nur. Nur wirklich Radio gehört. Und ich fand es halt immer cool, so im Radio, also zuzuhören. Und ich dachte mir immer so, oh, es wäre cool, wenn Leute mir zuhören. Ja. Okay. Und, ähm, ja, also Inspiration hatte ich, also dann wenn, also Deutsche nicht wirklich. Also ich fand immer so Patrice cool, so auf MTV. Wenn er so die Charts und solche Sachen gemacht hat, das fand ich halt immer cool. Und halt sonst so in Amerika die ganzen Awardshows und was weiß ich und so, dass sie es moderiert haben, das fand ich halt immer cool. Und deswegen wollte ich es auch immer machen. Ja. Ja. Wie ist es dann mit, ähm, einer eigenen Show von dir? Podcast oder sowas? Vielleicht, vielleicht. Also darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich will erstmal meine ganzen Sachen erstmal machen, bevor ich dann das mache. Ja. Das macht Sinn. Das klingt vernünftig. Ja. Hast du irgendwie dann auch ein festes Team, mit dem du arbeitest, die sich dann bei dir, also mit dir um alles kümmern? So jetzt, keine Ahnung, Content und dies und jenes? Oder machst du das meiste eigentlich? Ja, also ich habe ein Management halt und, ähm, ja, die machen halt viel. Aber so, wenn es um Content geht und so, mache ich halt alles selber. Aber die sagen, also die haben auch viele Ideen, was die sagen, so ey, du kannst doch das und das machen oder mach das doch so und so und was weiß ich und so. So, ja. Wie schwierig oder hart ist es, heißt hart, aber doch, wie schwierig ist es für dich dann auch, diesen Kurs beizubehalten und dich nicht abbringen zu lassen? Ähm, ist nicht so schwer, weil ich, ähm, wie soll ich sagen, ich packe ja meinen Input auch noch dazu. So, weißt du, weißt du, weißt du, und dann mache ich daraus halt meins oder halt Onkel D's, so wie es auch wirklich so rüberkommen kann, wie es Onkel D halt rüberbringen würde, so. Ja, ich frage das gerne immer wieder Comedians, weil da jeder eine andere Antwort haben könnte. Verantwortung insgesamt, also wir haben es ja dann bestimmt auch in den letzten Jahren mitgekriegt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass dann Leute wie ein Dave Chappelle oder, ich weiß nicht, wer noch sonst. Er ist mir so prominent im Kopf hängen geblieben, so ein bisschen an den Pranger gestellt werden, weil sie gewisse Themen so oder so behandeln und das nicht mit dem Mainstream geht. Was denkst du, was die Verantwortung eines Comedians betrifft? So, muss ein Comedian die Sachen nach dem Buch machen, so wie es jeder möchte oder ist es genau richtig, dass ein Comedian auch mal Sachen anspricht, die unangenehm sind und auch? Ich finde gut, wenn Comedians Sachen ansprechen, die unangenehm sind, weil, ich meine, letztendlich sind wir Comedians. Und wir machen, ja, Witze darüber oder Scherze darüber oder wollen die Leute halt zum Lachen bringen. Und wenn wir halt Sachen ansprechen, die unangenehm sind oder über die keiner spricht und wie die ansprechen. Ich meine, man merkt es auch, wenn man da steht und, also zum Beispiel bei Stand-Up und über Sachen redet und die Leute reagieren so, uh, und was weiß ich und so. Aber letztendlich lachen die auch darüber. Und letztendlich, wenn die Show vorbei ist, wenn die nach Hause gehen, reden die auch wirklich darüber oder machen sich Gedanken darüber. Ja. Und darüber nachdenken trotzdem, ja. Irgendwie so. Ja. Also es ist cool, wenn die Leute darüber, also, wenn Comedians über Sachen reden oder Themen reden, worüber nicht gesprochen wird oder die unangenehm sind. Ja. Das ist echt, echt cool, fand ich. Also da denke ich auch so, oh krass, also zum Beispiel bei Dave Chappelle zum Beispiel, da denkst du, oh krass, er traut sich was, so, weißt du. Aber es ist gut, es ist wirklich gut, so, weißt du. Ja. Und man lacht auch wirklich darüber, aber man denkt auch darüber nach, so. Das ist richtig gut, ja. Ja, aber ich finde es halt interessant, dass man dann so gewisse Erwartungen hat an Comedians oder Künstlern, dass sie A, B, C, D machen müssen. Aber ich frage mich dann immer, was machen die Leute, die da sitzen und das kritisieren? Ja. Oder online sind und das kritisieren. Was machen die denn in diesem Bezug, also, weißt du, so, man kann leicht einem Menschen sagen, er muss dies und jenes tun, weil er die Reichweite hat. Ähm, wie man aber das dann selber im eigenen Leben praktiziert, weiß ich dann halt auch nicht, ob da alles richtig läuft. Deswegen finde ich es dann wiederum in erster Linie einfach schwierig, jemandem zu sagen, du musst das so tun. Genau, genau. Und ich finde, wenn es Comedians nicht tun, dann wer sonst? Genau, stimmt. Ähm, natürlich ist es, glaube ich, auch wichtig, wer das macht und was man da für Skills hat, ne? Genau, und wie man das auch verpackt und es präsentiert. Das ist das. Genau. Weil da gibt es auch, wie heißt der, Bill Burr, sagt er dir was? Mhm, nee. Das ist ein weißer amerikanischer Comedian. Ja. Und er ist halt einer, der dann auch mal hier oder da das N-Wort benutzt. So. Also, in seinen, ach so. In seinem Content. Das ist so eine Sache von, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ähm, worauf sich aber viele Comedians einigen ist, dass sie sagen, bei ihm funktioniert das, weil er auch die Skills dazu hat, das richtig zu machen. Also, er sagt das nicht wahllos irgendwie, um Leute zu beleidigen oder sonst was, sondern das macht in seiner gesamten Konstruktion da schon Sinn. Ähm, wie denkst du darüber, wenn es jetzt gerade um solche Worte geht? Also, ich finde es eigentlich nicht so korrekt, weil, ich meine, wenn, sag ich mal, wenn da auch noch weiße Zuschauer sind und die denken, okay, er sagt es, ich darf es auch sagen. So, weißt du. So, und dann, wenn die es dann so, hey, ja, er hat es doch auch gesagt und so und ich meinte es auch nur so, wie er es meint und so, weißt du. Wo es eigentlich nicht korrekt ist. Ja, also, ich finde es jetzt nicht so. Ich habe gemerkt, du hast kurz aufgeatmet, als ich es gesagt hatte. Ne, ich verstehe das auch. Also, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, geh raus und mach. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass es Leute gibt, die nicht ihren Kopf so weit anstrengen, um wirklich drüber nachzudenken, in welchem Kontext das gesagt wurde und dann daraus schließen, dass sie damit nicht rausrennen sollten jetzt. Andererseits denke ich mir, soll er doch mal machen, aber die Konsequenz, die sich halt daraus ergibt, muss er auch tragen können. Ja, genau. Also, dann muss er sich sagen, hey, ich habe es bewusst gemacht, so, ich war mir klar, was da passieren kann und wenn die Leute jetzt schimpfen, kann ich jetzt aber nicht böse auf die Leute sein, aus den Communities dann auch noch betrifft und sagen, ihr seid alle blöd, ihr versteht mich nicht, weil da weiß man schon, was man eigentlich tut. Ja, natürlich. Würde ich behaupten. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern ich dich das fragen kann und wie viel du dazu sagen kannst oder möchtest. Einfach auch, was so tagesaktuell einfach passiert, weil viele Dinge einfach passieren. Wir haben Corona, wir haben, keine Ahnung, Dinge, die in den USA passieren, Dinge, die in Deutschland passieren. Wie fühlst du dich bei all diesen ganzen Dingen, die gerade dieses Jahr passieren, die auch nicht immer so schön sind? Es ist halt viel, ne? Es ist halt sehr, sehr viel. Erstmal war ja Corona, dann kam ja die Black Lives Matter Movement und so, was eigentlich sehr gut war, also sehr positiv ist, aber halt, was davor passiert ist, ist halt kacke. Und dann auch, was jetzt so momentan in Nigeria zum Beispiel passiert und so, ist halt echt viel. Und es ist halt alles so negativ und es zieht auch wirklich viele Menschen runter. Zum Beispiel auch das, als es mit Black Lives Matter war und wo die ganzen Videos und so kamen. Manchmal konnte man gar nicht so auf Social Media raufgehen, weil es war alles so damit und alles auch so negativ. Da wollte man auch gar nicht das mehr sehen und so. Ja, aber ich finde es, also, ich meine, was soll ich sagen? Ich meine, es ist scheiße, dass zum Beispiel Corona passiert ist, aber es ist irgendwie auch gut, weil Leute hatten Zeit irgendwie nachzudenken und viel zu recherchieren und so. Zum Beispiel, das ist richtig gut und das auch mit Black Lives Matter, was passiert ist. Die ganze Movement und so ist auch richtig gut, aber, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie 50-50 so halt, ja. Ja, es ist halt, ja, die Welt halt, ne. Das passiert halt echt viel 2020. Ja, alles auf einmal so. Lässt du dich viel von dem, was auf der Welt passiert, beeinflussen in dem, was du machst oder wer du bist? Eigentlich nicht, gar nicht, null. Null, also, okay, ich meine, durch Corona damals, als so ein Lockdown war und so, da konnte man ja nichts machen. Also, der Staat hat ja gesagt, ihm ist zu Hause bleiben, sonst kriegt ihr eine Strafe. Man will ja keine Strafe, deswegen bleibt man ja auch zu Hause, da muss man ja zu Hause bleiben. Aber sonst macht man ja trotzdem, was man will und man sagt ja auch, was man will. Und ja, solange es alles positiv ist, was man macht, dann ist ja eigentlich alles okay, ja. Ja, weil du hast jetzt auch gerade kurz angesprochen, die ganzen Videos, die man da gesehen hat und Beiträge und was auch immer. Ja. Wo ich denke, es ist schon wichtig, dass man das weiß, dass es das Problem gibt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt auch durch Social Media sieht man ja richtig viel. Früher war, sag ich mal, Fernseher oder Radio oder, ja, so Nachrichten und so. Ja. Und die haben ja auch nur so eine bestimmte Zeit, um Sachen, über Sachen zu reden und so. Aber jetzt durch Social Media sieht man ja wirklich alles, was so abgeht auf der ganzen Welt und so. Und das ist halt richtig, richtig, richtig gut. Deswegen, genau, man sollte wissen, was wirklich passiert, alles. Andererseits denke ich aber auch, den Punkt hast du ja auch gemacht, dass alles sehr oder sehr vieles negativ gehaftet ist. Und ich finde irgendwie so, ja, man sollte die Videos sehen oder es sollte die Videos geben und man sollte Zugriff drauf haben können, wenn man es möchte. Andererseits finde ich es zum Beispiel vor allem in dieser Black Lives Matter-Geschichte schwierig, wenn wir immer nur Bilder sehen davon, wie schwarze Menschen misshandelt werden. So die ganze Zeit konstant und das dann halt die ganze Zeit die Runde macht. Und ich finde irgendwie, es muss ein Gegenstück dazu geben, dass man sagt, okay, wenn wir ein Video davon sehen, sollte es aber fünf andere Videos geben, wo wir in irgendeiner Art und Weise positiv zu sehen sind. Da sehe ich zum Beispiel den Content, den du machst oder andere Menschen, wo ich sage, lass uns doch mal mehr, also das andere ist fürs Wissen, dass wir es wissen, ist schön, aber irgendwo sollte man auch sagen, okay, es reicht so. Oder im selben Zug dann auch sagen, hey, ich schicke aber auch jetzt genauso fünf andere Videos drin, wo wir schöne Videos machen mit Musik oder Tanz oder jemand, wo wir sehen, dass wir auch mal als Gewinner rauskommen. Wie siehst du das, also siehst du dann auch dein Content, den du machst, als so ein Gegenpol zu dem, was du hast? Also zum Beispiel, als das mit Black Lives Matter war, habe ich wirklich drauf geachtet und meinte so, ey, okay, da muss ich, also als erst mal Black, also als es passiert ist, habe ich erst mal gar nichts gepostet, die ganze so ungefähr zwei Wochen nichts, weil das gerade so Thema war und da wollte ich nicht, also ich wollte nicht irgendwie, dass es so rüberkommt so, es interessiert mich nicht, was gerade abgeht, so weißt du. Deswegen habe ich erst mal nichts gepostet und dann habe ich zu Black Lives Matter was gepostet und irgendwann hatte ich, aber habe ich dann halt wieder meine Videos regelmäßig gepostet, aber nur, damit man halt, wie du selber gesagt hast, damit man auch was anderes hat, was zum Lachen hat und so, weißt du. Ja, und darauf habe ich geachtet, dass ich halt wirklich dann irgendwas poste, damit Leute lachen oder auch in meiner Story irgendwas und so zur Ablenkung wenigstens, damit die, sag ich mal, eine Minute haben, worüber sie sich freuen können, worüber die lachen können und so. Ja, war da irgendwann mal so eine Erwartung von irgendwo da, dass es hieß, hey, wieso sagst du nichts dazu oder war das okay? Gar nicht, also, nee, eigentlich nicht, also, nee, kam nicht, kam gar nicht, so irgendwie, warum sagst du nichts dazu oder so, nee, kam nicht. Auch interessant. Ja. Andere Leute, die ich gefragt hatte, bei denen kam das dann, dass man da eine Erwartung hatte, aber ich finde es interessant, dass du ein anderes, also du, so, was du mir gerade erzählst und was ich sehe und mitbekomme, zeigt mir irgendwie, dass du ein Beispiel dafür bist, dass die Dinge auch anders laufen können, weil man geht immer davon aus, sobald man auf Social Media ist und ein bisschen größer wird und was auch immer, dass alles extrem negativ behaftet sein muss, dass du nur noch Hate-Kommentare kriegst und die Leute haben alle möglichen Erwartungen an dich, dass du die... Das habe ich aber gedacht, weil ich, weil ich lange nichts gepostet habe, die ganze Zeit, dachte ich so, oh, irgendwann kommen, kommen, also, kommen die Leute und sagen so, hey, warum sagst du nichts dazu oder warum postest du nichts oder blablabla, aber es kam wirklich gar nichts. Aber ich glaube, weil die Leute wussten, also, die wussten, was abgeht und viele haben ja auch nichts gepostet und so, deswegen, glaube ich, die wussten einfach, okay, deswegen postet er gerade gar nichts. Ja. So, ja. Hast du eigentlich irgendwie so ein bisschen so einen Überblick über die Community, die du hast, also wer die Leute sind, so, weißt du das ungefähr? Wie meinst du das genau? Ich frage mich, weil, ich frage mich das, weil, wie soll ich das erklären? Ich versuche gerade zu verstehen, wie das dazu kommt oder gekommen ist, dass du so eine Community hast, die, ich weiß nicht, ob verständnisvoll das richtige Wort ist, aber sagen wir einfach, du scheinst eine angenehme Community zu haben. Da gibt es andere Leute, die haben ganz andere Communities, die sehr fordernd sind, sehr viel wollen und ich frage mich, ob man als Content Creator dazu in der Lage ist, das aber auch in eine gewisse Art zu formen, dass man so gewisse Weichen legt. Ich denke schon, ich glaube schon, weil jeder macht ja was anderes und zum Beispiel, ich, wie soll ich sagen, zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, ich spreche ja Themen, also ich spreche die nicht an, sondern ich spreche, wie soll ich das erklären, ich mache halt ein Video draus, irgendwas Lustiges draus so und ich, wie soll ich das erklären? Ich glaube, man kann, weil die Leute wissen ja, wie ich drauf bin sozusagen oder wie Onkel D drauf ist und ich gehe ja zum Beispiel auf Hate-Kommentare oder sowas gar nicht ein und das checken die ja und wenn jemand einen Hate-Kommentar schreibt oder sowas, ich gehe ja nicht darauf ein. Deswegen, die checken so, okay, wenn ich jetzt das und das mache, Onkel, die wird eh nicht drauf reagieren oder ihnen ist es egal oder was weiß ich und so, weißt du? Ja. Deswegen, ja, irgendwie kann man die schon formen. Ich meine, es gibt ja auch, sag ich mal, Fans, die seit fünf Jahren dabei sind oder vier Jahren dabei sind und die wissen halt dann so, wie ich ticke oder was ich zu paar Sachen zu sagen habe oder wie ich meine Sachen mache und so. Also, ich glaube, deswegen, ja, ich glaube, man kann die schon irgendwie formen oder, ja, ja, irgendwie so. Es ist halt ein bisschen schwer zu erklären, so. Die Frage hat mir auch noch nie jemand gestellt oder so. Ich habe auch selber nicht darüber nachgedacht, so wirklich, deswegen, ja. Ja, mir ist die auch erst jetzt gekommen. Von daher, ich wusste auch nicht, was kommt, aber es macht schon Sinn, ja, was du sagst. Gab es bei dir eigentlich sowas wie ein Fantreffen schon mal? Ja, ich hatte einmal ein Fantreffen 2017 zum Ende Sommer, mein erstes in Berlin. Da hatte ich eins 2018, aber das war mit Bodyformers und so zusammen, mit Ben Mood. Und das war es quasi sogar. Ja. Ja, das war es sogar. Ja. Das war, dann waren wir auf Tour und, ja, und da hatten wir vor der Tour, ich glaube, ein Monat davor hatten wir ein Fantreffen. Ja. Ja. Wenn du Nachrichten von Menschen bekommst auf diversen Plattformen, hast du auch mal Nachrichten von Leuten bekommen, die irgendwie sowas gesagt haben wie, keine Ahnung, du hast mich durch eine schwierige Zeit gebracht oder sowas? Ja, öfters. Sogar öfters. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also schon. Und da unterhalte ich mich auch mit den Leuten. Also was ist passiert und keine Ahnung was und so. Auf jeden Fall. Und es ist auch immer so, ich finde, man vergisst es manchmal so, dass man halt so Leute wirklich zum Lachen bringt. Weil vielleicht hatten die wirklich einen schlechten Tag oder einen scheiß Tag und dann sehen die das Video und lachen sich aber voll kaputt und so und hatten dann wenigstens irgendwas zum Lachen an dem Tag und so. Aber das, daran denkt man manchmal gar nicht. So, auch ich selber so, wenn ich einen schlechten Tag hatte und so, dann irgendwas mir anschaue und dann wirklich lache und denke so, oh, Gott sei Dank, habe ich das Video gesehen oder das Bild gesehen oder so und konnte halt lachen oder so. Ja. Ja, das ist das, man vergisst das manchmal. Wenn man so richtig, wenn man schon in dieser Sache so drin ist und das für dich so normal ist wie Atmen. Genau, genau, genau. Dass es wirklich was für die Menschen tut. Genau. Ja, aber das habe ich auch irgendwann mal gehört bei irgendeinem Künstler. Da ging es auch darum, dass er oder sie ein Lied gemacht hat und dann Menschen sogar gesagt haben, hey, wegen deinem Lied habe ich mich, weiß was ich, weißt du, bin ich vom Selbstmord zurückgetreten und solche Sachen. Das ist dann schon krass. Ja, auf jeden Fall. Wenn man dann merkt, was für eine Kraft das hat, was man da macht. Ja, genau, genau. Das weiß, also, man denkt nicht darüber nach. Man denkt echt nicht darüber nach, wirklich. Ja. Aber es ist echt krass manchmal. Ich habe irgendwann vor kurzem von einem Kollegen oder von einem Freund mitbekommen, dass du früh getanzt hast. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, von, ich glaube, wann war das? 2009 bis 2013 oder so. Während dem Dreh. Okay. Glaube ich, ja. 2009 bis 2013. Was für ein Tanz war das? Hip-Hop. Hip-Hop. Ja, wir hatten so eine eigene Crew und so. Ja. Vier Jahre habe ich das gemacht. Ich habe davor Basketball gespielt und da von Basketball zu tanzen. Okay. Und ist das irgendwas, was du wieder zurückbringen würdest oder können? Ganz klar. Nee, also, es ist cool. Es war echt eine Hammerzeit und so. Ich würde, also, manchmal mache ich so Tanzvideos, aber so oft lustig. Aber da haben auch Leute schon gesagt, so, hä, du kannst ja voll krass tanzen. Und du sagst, ja, ich habe früher getanzt. Oder so, Onkel D, hä? Er hat ja voll die Moose drauf und so. Dann denkst du, ja, ich habe früher getanzt. Aber das wissen halt sehr viele nicht. Wirklich sehr viele nicht. Ja, aber ich habe schon auch mit den Gedanken gespielt, so, manchmal mit, also wirklich Leuten, die wirklich tanzen, also mit Tänzern mal was zu machen und so. Ja, das kommt alles noch. Also, es ist halt im Prozess alles noch und was weiß ich, ja. Das kommt alles noch. Bist du grundsätzlich so ein geduldiger Mensch? Oder hast du? Ich bin sehr geduldig. Ich bin sehr geduldig. Ich weiß nicht, von wo das kommt, aber ich bin echt wirklich voll geduldig, voll gechillt. Und, ja. Habe ich gehört, ja. Also, das mit dem gechillten, das Geduld, wusste ich nicht, aber ja, gechillt. Ich denke mir halt auch so, ich kann mir gut vorstellen, dass in deinem Kopf sehr viele Ideen herumschwirren, die du alle am besten vielleicht jetzt sofort machen könntest. Genau, genau, genau. Aber das irgendwie ein bisschen strukturieren musst, ne? Ja, 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 ja. Es sind sehr viele Ideen, aber, ja, muss man halt auch noch ein bisschen warten oder das und das fehlt noch und so. Deswegen. Aber kommt alles noch. Alles kommt noch. Das ist doch schön. Bei dir läuft es auf jeden Fall, funktioniert alles. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Das ist schön. Ja, was würde ich sagen? Ich frage mich, ob es irgendwas gibt, was du vielleicht sagen wollen würdest, was du ansprechen wollen würdest, oder in die Welt geben möchtest. Also, ich, was ich auch immer, also, was ich immer sage, so, es wäre cool, wenn es noch mehr schwarze weibliche Comedians in Deutschland geben würde, weil das gibt es gar nicht. Ich kenne nur eine, Tamika heißt die, die macht stand-up-Comedy. Muss ich gucken, okay. Und das war's. Sonst gibt es keine schwarzen Frauen, die es machen. Und das würde ich mir wünschen, dass sowas geben würde, auf jeden Fall. Ja, weil ich habe letztens auch mit John gesprochen, als wir in Frankfurt waren. Und da meinte er so, ja, ich habe mal geschaut, wie viele schwarze Comedians es insgesamt gibt, die Stand-up machen. Und er meinte, es sind insgesamt 18. Und von den 18 nur eine Frau. Hey. So. Ja. Und ich so, krass, stimmt. Ja, und das wäre halt cool, so. Ja. Oder auch schwarze Frauen, die so lustige Videos machen, also Comedy generell machen und so, damit man mit denen halt zusammen auch was machen kann und so, weißt du? Ja. Das wäre cool. Hast du mit ihr schon was gemacht gehabt? Noch nie. Ich habe sie auch noch nie gesehen oder so. Also nur von Gehört oder Social Media halt so. Ja. Weil, ähm, ich will dich jetzt auch nicht verhaften oder so. Das ist natürlich alles deine freie Entscheidung oder von jedem Künstler, der was macht. Genau. Aber ich finde dann, wenn man irgendwie sowas feststellt und bemerkt, dass das irgendwie ein Mangel ist oder so. Also ich habe auch Mädels angesprochen, die halt, die ich lustig finde, aber dann immer so, nee, ich mache das, ich will das, blablabla. So, ich habe auch einmal ein Video mit, kennst du Thelma? Nee. Thelma ist eine Schauspielerin und die hat auch, also die macht auch manchmal Comedy und so. Das ist auch richtig cool, richtig lustig. Wie heißt sie weiter? Thelma, Thelma, Boumaier. Nee, nicht Boumaier. Thelma from the Horst. So. Thelma from the Horst, ja. Muss ich mal gucken, okay. Muss ich mal schauen. Ja. Genau, das ist echt, echt cool, echt lustig. Muss ich mal schauen. Thelma from the Horst, sie hat echt coole, lustige Videos auf jeden Fall. Und ich habe auch mal mit dem Video gedreht, war auch recht cool. Ja. Ja. Cool. Nee, ich wollte auch nicht sagen, dass du da nichts getan hast oder so, sondern eher so nach dem Motto, wenn man das sieht. Ja, aber wenn die nicht wollen, man kann die ja nicht zwingen. Ich meine, früher haben Leute auch gesagt, ich soll Videos machen und so und ich habe immer gesagt, nein, was bringt mir das? Ja. So heißt es, und irgendwann habe ich es aber so von mir aus selber so just for fun gemacht. Es war halt nichts Gezwungenes, wo Leute gesagt haben, mach, 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 sondern einfach von mir selber dann irgendwann. Ja. Ja. Aber dann denke ich mir auch immer so, ich habe auch gedacht, ich hätte das wirklich gemacht, als die es gesagt haben, also so vorher. Hm. Vielleicht wäre ich ja jetzt auch ganz, also viel weiter oder so, weißt du. Aber ich sage immer so, alles passiert mit der Zeit halt, wirklich so, wenn das auch alles stimmt und so. Ja. Das macht Sinn. Genau. Da sind wir auch an einem Punkt, an dem wir vielleicht für heute dann auch das Ende gefunden haben. Ich danke dir auf jeden Fall für das runde Gespräch. War cool, haben sich gefreut. Ich kann dich noch nicht gehen lassen, eine Frage habe ich noch für dich. Made in Germany. Ja. Was das für dich heißen könnte? Also ich würde denken, wenn ich es jetzt random irgendwo lesen würde oder hören würde, würde ich denken so halt so, okay, diese Person oder, ja, sag ich mal, diese Person wurde, also, wurde aus Deutschland gemacht so und jetzt so erzählt die Person seine Geschichte so, wie er halt in Deutschland, seine ganze Erfahrung in Deutschland oder so, ja. Das würde mir halt als erstes in den Kopf kommen, so, wenn ich, also höre, lese Made in Germany, ja, eine Person, die halt über die Erfahrung in Deutschland erzählt, würde ich sagen. Ja, was, ja, was, ja, was ihn, was aus ihm, nee, was Deutschland aus ihm gemacht hat, genau, so, ja, so. Cool. Dann, würde ich sagen, haben wir es für heute. Was heißt es denn für dich? Oh, ich dachte, ich komme hier so raus. Ich muss auch aufpassen, was ich sage, ja, weil ich wurde ein-, zweimal gefragt. Okay. Und sollte auch gucken, dass die Antworten gleich bleiben irgendwie. Für mich ist das eigentlich ähnlich wie das, was du sagst, so Geschichten, die in Deutschland erzählt werden und geschrieben werden, wie auch immer du es nennst und, dass einfach jeder, der hier ist, Teil der Kultur ist mit seinem Tun. Deswegen sitzen wir auch jetzt zusammen, weil ich sage, das, was du tust, beeinflusst unsere Gesellschaft, ob du siehst oder nicht. Also, wenn du 10.000 Leute zum Lachen bringen kannst, dann tust du halt auch was dafür, dass die Leute schöne Momente haben, gute Momente oder auch ein anderes Bild von uns haben durch dich. Und deswegen denke ich, ob du hier geboren bist oder vor drei Jahren gekommen bist, jeder, der sich hier bewegt und tut, trägt halt zur Gesellschaft bei und ist somit auch Made in Germany einfach. Ist gut. So, danke schön. So, das ist das. Sag uns doch nochmal, wo wir dich überall finden können. Auf Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Gibt es da jetzt auch. Und auf TikTok. Tickets finden wir wo? Online auf Eventim. Okay. Ja, oder bei jedem Ticketverkaufsstand kriegt man auch Tickets, ja. Perfekt. Dann Events. Events. Jetzt wollte ich selber Events sagen. Events. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. War echt cool. Freut mich. Echt nice, ja. Cool. Und dann würde ich sagen, bis bald. Jo, bis bald auf jeden Fall. Cool. Dann ist es der Made in Germany Podcast mit Evans aka Uncle D. Yep. Wir sind raus. Jo, bis bald. Wait. στηνhal group.